Hallo, mein Name ist Christopher Limbrunner und ich bin Kiel-Account-Manager bei Peppel & Fuchs. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie einen Alleinarbeiter mittels unserer Hardware speziell absichern können und so nicht zwingend Doppelpersonal binden müssen. Gerade in der Öl- und Gasindustrie als auch in der Chemie- und Pharmaziebranche sind Mitarbeiter häufig in gefährlichen Bereichen unterwegs. Mit speziell zertifizierter Hardware der neuen Peppel & Fuchs Marke Ecom können Sie bedenkenlos in diese Bereiche eintreten. Bleiben weiterhin die Gefahren von eventuell austretenden Gasen oder auch den allgemeinen Gefahren vom Beinbruch bis hin zum Herzinfarkt. Mit einer speziellen Software auf unseren robusten und explosionsgeschützten Geräten können wir die Alleinarbeit sicher machen. In diesem Video möchte ich Ihnen gerne die Gesamtlösung aus Hardware und Software näher bringen. Doch wie funktioniert eine mögliche Alarmierung? Zum einen kommuniziert die Applikation auf dem Gerät mit der Notrufzentrale und zum anderen bedient sich die App an vorhandener Sensorik und den Buttons am Smartphone. Wir unterscheiden bei der Alarmierung zwischen zwei verschiedenen Typen. Einmal der willensabhängigen Alarmierung. Hier ist der Mitarbeiter noch selbstständig in der Lage einen Alarm auszulösen, beispielsweise über den roten Knopf. Des Weiteren haben wir die willensunabhängige Alarmierung. Hier bedienen wir uns beispielsweise an dem Lagesensor, denn das Gerät erkennt, wenn der Mitarbeiter sich für eine längere Zeit bewegungslos in einer Waagrechten befindet. Ebenfalls haben wir die Möglichkeit einen Timer laufen zu lassen, der nach Ablauf einen Voralarm gibt. Wird dieser nicht quittiert, geht auch ein Alarm raus. Die dritte Möglichkeit wäre über die Beschleunigung. Hier erkennt das Gerät, wenn es für eine kurze Zeit eine relativ schnelle Beschleunigung erfährt. In Sachen Software arbeiten wir mit verschiedenen Unternehmen partnerschaftlich zusammen. An dieser Stelle würde ich Ihnen gerne die Lösung von unserem Partner Swissphone näher bringen. Wir sehen auf dem Gerät die Applikation von Swissphone. Wir haben in der Mitte einen Balken, wo wir die aktuell aktivierten Parameter in der Übersicht sehen. Beispielsweise hier die Lokalisierung aktiv und den Man-Down aktiv. Ebenfalls haben wir unten den gelben Emergency-Button, der gleichzusetzen ist mit dem roten Knopf. Darüber hinaus haben wir verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, wo wir die Alarme, die Vorlaufzeiten etc. definieren und parametrieren können. Ebenso besteht die Möglichkeit mit dem Home-Button auf das Grundgerät zu gehen, das Gerät normal zu nutzen und Sie sehen oben in der Statusleiste. Die App ist weiterhin aktiv und der User bei normaler Verwendung des Smartphones weiterhin abgesichert. Zur Notrufzentrale. Die Notrufzentrale läuft hier beispielhaft auf einem explosionsgeschützten Tablet von uns. Bei den Unternehmen ist sie in der Regel bei Messwarten oder Pforten aufgeschaltet. Wir haben aber auch die Möglichkeit, über Dienstleister diese Notrufentgegennahme abzugeben. Wir sehen, hier haben wir die verschiedenen Personen-Not-Signalgeräte abgebildet. Neben den verschiedenen Stati sehen Sie gleichzeitig, welche Person dem Gerät zugeordnet ist. Ebenfalls sehen wir hier unter Notrufe, welche Alarme einkommen und wir haben hier unten einen Maßnahmenplan, der bei Alarmierung abgearbeitet werden muss. Nun simulieren wir einen Man-Down-Notfall. Hierzu bringen wir das Gerät in eine waagrechte Position. In der Praxis liegt nun ein Mitarbeiter regungslos am Boden und ist nicht mehr in der Lage, selbstständig einen Alarm auszulösen. Nach Ablauf von 30 Sekunden ertönt ein Voralarm. Ist der Mitarbeiter bewusstlos und kann diesen Voralarm nicht mehr aktiv abstellen oder das Gerät wieder aufrichten, geht automatisch ein Notruf raus. Durch die lautstarke Alarmierung des Smartphones können Mitarbeiter in nächster Nähe gegebenenfalls direkt helfend eingreifen. Ebenso poppt der Notruf auf unserer Zentrale anauf. Hier muss der Mitarbeiter den Notruf entgegennehmen. Er sieht auf einer Karte, wo sich das Gerät und somit der Mitarbeiter gerade befindet. Der nächste Schritt ist der Rettungsplan. Hier sieht der Mitarbeiter, was zu tun ist. Der Maßnahmenplan ist mit jedem Unternehmen vorher individuell definiert und festgelegt. Nun kann der Mitarbeiter noch ein entsprechendes Protokoll eintragen und dieses im Archiv abspeichern. Danach kann er den Notruf abschließen. Die Lokalisierung in diesem Fall erfolgte über GPS. GPS stößt allerdings im Indoor-Bereich oder über mehrere Stockwerke relativ schnell an seine Grenzen. Hier bieten wir auch die Möglichkeit über Bluetooth-Beacons Indoor bis auf 1 Meter genau zu lokalisieren. Die gesamte Lösung, die wir jetzt gesehen haben, sowohl Software- als auch Hardware-seitig, ist nach der gesetzlichen Unfallsversicherung BGR 139 zertifiziert. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.